Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man Rindersteak richtig und medium grillt. Neben dem Steak benötigen Sie etwas Kokosöl oder Kokosfett, frisch gemahlenen Pfeffer, Salz, Küchentuch, Bratenwände und natürlich den vorbereiteten Holzkohlegrill. Ihr Rindersteak sollte zwischen 200 und 300 Gramm schwer sein und eine Dicke von ca. 2,5 cm haben. Haben Sie das Fleisch schon fertig gewürzt, bei einem Fleischer gekauft, so können Sie den etwas abwaschen, denn pfeffern sollte man das Fleisch, bevor es auf den Grill kommt, nicht. Da das Pfeffer verbrennt, würzen Sie am besten das Fleisch nach dem Grillen. Nun tupfen Sie das Fleisch trocken, fetten Sie nun den Grillrost mit Kokosfett. Alternativ können Sie je nach Geschmack auch andere Öle verwenden. Wichtig ist nur, dass diese hitzebeständig sind, damit Ihr Steak nicht angebrannt schmeckt. Geben Sie nun das Rindersteak auf den Grill. Damit es richtig gut wird, sollten Sie beim Grillen auch darauf achten, dass Sie das Steak nur ein einzelnes Mal wenden. Bei einem 2,5 cm dicken Steak grillen Sie es genau 3 Minuten auf der ersten Seite an und nach dem Wenden müssen Sie auf der Hut sein. Nach ungefähr weiteren 3 Minuten sollte Ihr Steak medium sein. Ein leichter Druck mit dem Pfannenwender zeigt, wie weit es schon ist. Tritt jetzt noch Fleischsaft aus, ist es noch nicht gut. Wenn kein Fleischsaft mehr austritt, können Sie die Elastizität prüfen. Dann sehen Sie, ob das Fleisch fertig ist. Nun können Sie das Fleisch erst nach dem Grillen und am besten erst am Tisch mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Mehr brauchen Sie nicht. Bon Appetit!